Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Roter Faden, der Werte-Podcast mit Gästen. Und heute habe ich Sielle Beutnagel da, mit der ich über Mut sprechen werde. Und wenn man sich Siels Lebenslauf anschaut, könnte ich mir vorstellen, dass sie dafür jede Menge Mut gebraucht hat. Also sie wurde erst mal 1972 geboren, hat dann Anfang der 90er angefangen zu schreiben und hatte da schon, zu Zeiten ihres Abiturs, das große Ziel, Autorin zu sein. Dann gab es aber noch so ein paar andere Stationen in ihrem Leben. Das heißt, sie hat erst mal studiert, ich würde sagen, brav studiert, Pädagogik, Germanistik und Philosophie, was sicherlich ja auch hilfreich ist, um Autorin zu sein. Und ist dann aber in einen Job, vielleicht könnte man sagen, reingerutscht. Erstmal sollte der ihr Studium finanzieren und es ist dann ein richtiger Job, ein Vollzeitjob geworden und zwar Opernübertitelung. Und das hat sie 15 Jahre gemacht. Ich behaupte mal, nebenher gab es dann noch ein Online-Antiquariat, hat sie für Zeitungen geschrieben und auch Nachhilfe gegeben, also Schülern. Und dann gab es, und ich glaube, das ist tatsächlich in vielen Biografien so, im Leben von Frauen, zumindest habe ich das jetzt bei meinen Gästen, bei meinen weiblichen Gästen schon sehr, sehr oft genauso gehört, dass es eine große Zäsur in ihrem Leben gab. Und zwar 2010 die Trennung von ihrem Mann mit anschließender Scheidung. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit Mut zu tun. Da werden wir gleich mehr drüber hören, denke ich. Und das bedeutete einen Lebensneustart. Dann war sie Stadtführerin, Köchin, Rettungsschwimmerin, hat Schwimmunterricht gegeben und dann seit 2020 freie Autorin und Texterin. Das heißt, sie hat Blogs, Gedichtbände, Kurzgeschichten, aber auch Sachbücher. Also auch da wieder super vielfältig. Also ich freue mich sehr, dass du da bist, Jelle. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Du bist ja hier, um mit mir heute über Mut zu sprechen. Und wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue, glaube ich, dass es oft Situationen gab, in denen du mutig warst und vielleicht auch Mut gebraucht hast. Kannst du uns vielleicht mal gleich zu Anfang berichten, was war denn der Schritt in deinem Leben, der dir am meisten Mut abverlangt hat? Das war tatsächlich die Entscheidung, mich von meinem Mann zu trennen. Also ich hatte den Wunsch sehr lange, weil ich sehr früh gemerkt habe, dass ich einen Fehler gemacht hatte mit der Ehe. Und ich hatte viele Jahre nicht den Mut, diesen Schritt zu gehen, weil ich mir bewusst war, dass wenn ich gehe, es ein kompletter neuer Lebensanfang werden würde, so wie du es auch gesagt hast. Und das wurde es auch. Das hat mir den größten Mut in meinem Leben abverlangt. Das klingt so, als hättest du vorher schon gewusst, dass du, ich sage jetzt mal, wenn du dich trennst oder hast die Idee gehabt, dass wenn du dich trennst, dass du vor, ja wie soll ich sagen, dass das, was auf dich zukommt, dir komplett unbekannt ist. Ja, genau. Die Situation war so, also der Charakter von meinem Ex-Mann war so, dass er mich nicht freiwillig hätte gehen lassen wollen. Und das ist auch so gekommen. Und deswegen war mir klar, dass ich nicht in meiner Stadt, in der ich aufgewachsen und gearbeitet und gelebt habe, bleiben konnte. Und damit war es dann, da ich am Staatstheater gearbeitet habe in der Stadt, war es danach notwendig, beruflich neue Wege zu gehen. Und ich wusste nicht, ob ich, wie das weitergehen sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Ja, wenn ich mir vorstelle, du warst da ja auch lange Jahre, zum Beispiel an der Oper und hast da deinen Job gehabt. Du wusstest, wie es läuft. Du konntest das sicherlich auch gut dann, nach noch so langer Zeit erst recht. Und ich merke, also während du das sagst, kommt bei mir so richtig das an, so ein, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt doch so Momente, wo man so richtig krass Angst hat. Und ich, also ich weiß nicht, ich spüre gerade so ein bisschen diese Angst und auch die körperlichen Reaktionen, die ich kenne, ja, so ein bisschen trockener Mund, so ein komischer Geschmack im Mund und so. Was es bedeutet, ich sag jetzt mal so, vor dem Nichts zu stehen. Und naja, das, was, ich meine, es klingt ja so, wenn du sagst, der würde dich nicht freiwillig gehen lassen, das klingt ja jetzt schon so, als gäbe es vorher auch schon einige wahrscheinlich herausfordernde und vielleicht sogar auch dramatische oder für dich gefährliche Situationen gegeben. Und das ist aber dennoch das, was du kanntest. Und dass das manchmal, auch wenn es schlimm ist, trotzdem das Unbekannte, trotzdem schwer ist, diesen Schritt zu gehen. Habe ich das so einigermaßen erfasst? Ja, sehr gut erfasst. Das ist so wirklich genau die Gefühlslage. Und wenn man so gar nicht weiß, was einen erwartet. Und wenn man eigentlich auch das, was man gemacht hat und wo man gelebt hat, sich wohlgefühlt hat und man eigentlich nur ein Problem hat, dann ist das wirklich das Problem, sich auf etwas völlig Neues einzulassen. Ist das wirklich eine große Angst, die dahinter steckt? Und darum habe ich es eigentlich auch so lange versucht auszuhalten. Also du hast ja dann irgendwie eines Tages, so klingt das für mich, deinen ganzen Mut zusammengenommen. Ja. Und hast gesagt, okay, jetzt mache ich es. Kannst du beschreiben, was dann in dem Moment, also vielleicht davor und währenddessen, wie sich das angefühlt hat, so mutig zu sein? Oh, ich habe das in einem Gedicht versucht, wieder zu schreiben vor ein paar Wochen. Ja, das Gefühl. Also es gab diesen Moment, an den kann ich mich sehr gut erinnern. Also es war davor, dass ich also sehr, sehr wenig nur noch Lebensenergie hatte, ganz im Gegensatz zu heutzutage und in den Jahren danach. Und ich war an einem Punkt, wo ich wirklich keine Kraft mehr hatte, aber wollte, im Grunde hatte, wirklich aus der Situation rauszuwollen. Und da fehlte mir der Mut. Und dann ging ich an diesen Eingang vorbei, an dem ich bestimmt schon hundertmal dran vorbei mit dem Fahrrad oder zu Fuß vorbeigegangen bin. Und an dem Tag hat es Klick gemacht und ich bin reingegangen. Und das war dann die Familien- oder Frauenberatung. Und genau in dem Eingangsbereich hing ein Papierzettel, also gar nicht mal bunt oder so, sondern ganz einfach ein Schwarz-Weiß-Zettel. Mut gehört dazu, stand da drauf. Und da habe ich den Mut gepackt und bin reingegangen und habe es durchgezogen. Das war der erste Schritt sozusagen. Wow, ich kriege voll Gänsehaut, wie du das gerade sagst. Das so, ich kriege immer, ich meine, mit mir läuft es richtig so, schau mal meinen ganzen Körper. Und vielleicht ist das auch, was wir manchmal brauchen, weil ich meine, wir brauchen ja öfters mal Mut, auch in Situationen, die nicht so ganz so dramatisch sind wie deine. So einen kleinen Hinweis, so einen kleinen Mini. Es war ja wie ein kleiner Schubs, könnte man sagen. Ein ganz zarter Schubs eigentlich, der aber große Auswirkungen hatte. Und dann war das ja der erste Schritt nur. Und du brauchtest ja danach sicherlich immer wieder Mut. Es gab ja, das war der Start, aber danach, das war ja dann nicht so, ja, jetzt hast du das gemacht und dann ist alles gut. Das war nur der erste Schritt, genau. Aber das war der schwierigste Schritt. Also danach hatte ich ein Ziel, weißt du, ich hatte den ersten Schritt gemacht und ja gesagt, ich möchte das. Und dann waren das eigentlich immer Herausforderungen, die zwar auch immer für sich Mut beansprucht haben, aber ich hatte den ersten Schritt gemacht. Das war wie eine Befreiung sozusagen. Und dann wusste ich die Richtung und dann konnte ich meinen Weg gehen. Aber einfach war das am Anfang überhaupt nicht, gar nicht. Kannst du, magst du vielleicht ein bisschen erzählen? Also das heißt, du bist dann da in diese Beratungsstelle gegangen. Und dann? Ja, dann hatte ich also praktisch, ich weiß gar nicht mehr genau, was man in den paar Minuten besprochen wurde. Aber dann fand ich ein, ja, dann hatte ich diesen Entschluss gefasst. Und dann kam die, so eine Alltagssituation, also bei mir zu Hause, wo dann wieder dieses Spielchen mit mir getrieben wurde. Und da konnte ich dann auch sagen, jetzt, das ist wirklich ein Spiel und ich mache mir da nichts vor, sondern er spielt wirklich jetzt mit deiner Lebenszeit und mit deinen Gefühlen. Und dann habe ich meinen Schwager angerufen und gesagt, er soll mir die Nummer vom Frauenhaus raussuchen. Und das hat er gemacht und mit den Worten, ja, aber diesmal, ich hatte dann schon mal in einer Angstsituation versucht, mich zu trennen. Das war ungeplant. Und dann hat er mein Schwager zu mir gesagt, dann geh diesmal nicht zurück. Und das hatte ich auch nicht vor. Und dann hatte ich so ungefähr eine halbe Stunde Zeit oder so, um die wichtigsten Sachen zusammenzupacken. Und dann war ich raus aus der Wohnung. Das war komischerweise gar nicht mal, also ich war froh, gehen zu können irgendwo. Da sprichst du auch was an. Du sagst ja, das war ungeplant. Beim zweiten Mal warst du innerlich vielleicht auch schon mehr vorbereitet vielleicht so. Also so hattest du dich schon mehr mit dem Gedanken beschäftigt. Und das ist ja zum Beispiel auch was total interessant, weil, klar, Mut ist eigentlich ein Schritt ins Unbekannte zu wagen. Und gleichzeitig ist Mut ja nicht Tollkühnheit oder Leichtsinnigkeit, sondern zum Mut darf auch, auch wenn es bei dir jetzt mehr vielleicht eine innerliche Vorbereitung war als eine äußerliche, aber trotzdem eine Vorbereitung gehören. Also sprich, Mut heißt ja nicht automatisch, ich springe einfach, ohne mir irgendwelche Gedanken zu machen. Ja, genau, das sehe ich eigentlich auch so. Weil es ist eigentlich so, dass man, Mut ist wirklich dieser Schritt, das, was man gerne möchte und was man sich überlegt hat, auch wirklich in Angriff zu nehmen. Also die Energie dafür aufzubringen, was zu tun. Und ich denke, wenn man kein Ziel hat, dann braucht man eigentlich, oder was ändern möchte, sagen wir mal so, Ziele können ja vielfältig sein. Aber wenn man was ändern möchte, dann macht man sich ja schon Gedanken, dann überlegt man ja, wo man hin möchte und was man verändern möchte. Und dann braucht man nur noch diesen Moment, auch den ersten Schritt zu gehen. Und das brauche ich, ich denke, dafür braucht man dann den Mut. Und dann vielleicht noch auch den Mut durchzuhalten und das auch zu erreichen, was man möchte. Also auch wenn es schwer wird, ja sowohl vielleicht, es gibt ja so viele Momente, es wird vielleicht finanziell schwer, es wird aber auch psychisch schwer, das wirklich durchzuhalten. Also wenn es heißt, die Angst kommt vielleicht zurück oder hat einen wieder im Griff, dann zu sagen, ich gehe weiter. Ich gebe nicht auf. Ja, das ist so. Also es ist, ich glaube auch nicht, dass es dazu da ist, dass man, wenn man einmal sagt, ich möchte etwas ändern in meinem Leben, dass es dann einfach ist. Sondern der Weg kann an sich, wenn man mal zurückschaut, wie man das gemacht hat, auch sehr spannend sein, finde ich, wenn man es geschafft hat und dann zurückblickt, dann merkt man, Mensch, es ist so ein Klick und gleich ist es da. Ich sage jetzt, ich möchte etwas ändern und es ist sofort da. Das ist ja dann vielleicht auch gar nicht so Sinn des Lebens, glaube ich. Es ist viel spannender, so im Nachhinein gesehen, wirklich auch den Weg zu gehen. Sonst wäre ich nie Stadtführerin geworden und ich hätte auch nie Schwimmunterricht gegeben und solche spannenden Sachen, ich wäre nie auf Sardinien gelandet und hätte da mal auf dem Campingplatz gekocht. Viel, viele Leute, das wäre alles nicht geschehen. Naja, ich könnte mir auch vorstellen, gerade als Autorin, es sind ja auch Lebensgeschichten und Lebenserfahrungen sehr nützlich. Genau, also ich habe neben meinem Studium die große Schule des Schreibens in Hamburg da, die gab es damals schon gemacht. Es ist eine praktische Schreibausbildung und da hieß es, du kannst nur über etwas schreiben, was du kennst. Und das impliziert ja, dass man also auch was erleben muss, dass man nicht nur im Wohnzimmer hinterm Schreibtisch sitzt, sondern auch das Leben erleben muss. Das hatte ich eigentlich auch so auf die Fahnen geschrieben. Hat das dazu beigetragen, dass du mutig bist? Gute Frage. Ja, ich glaube schon, aber im positiven Sinne auf jeden Fall. Ja, ich wollte das Leben kennenlernen. Ich wollte reisen und ja, ich denke schon. Welche Farbe hat Mut für dich? Blau, dunkelblau. Aha, interessant. Warum blau? Das überlege ich auch gerade. Also ich höre ja, ich bin sehr intimitiv geworden im Laufe der Jahre und ich denke, blau hat irgendwas mit dem Verstand und Ruhe zu tun. Und ich glaube, diese innere Ruhe und diesen Inneren braucht es einfach, um auch die richtige Entscheidung zu treffen. Nicht einfach so drauf loszustürmen. Das heißt genau das, was wir vorhin ja auch schon angesprochen haben, dass es, dass Mut nicht zur Tollkühnheit wird oder zum Leichtsinn, dass dafür diese innere Ruhe und auch Klarheit vielleicht notwendig ist, bevor man sich, bevor man einen Schritt geht. Ja, ich denke, ja, genauso meine ich das auch, denke ich. Ja, also wenn ich mich da jetzt reinbegebe in dieses Bild, dass das Dunkelblau, dass Mut dunkelblau ist, habe ich das Gefühl auch, also wenn ich in dieses Gefühl der inneren Ruhe und Klarheit gehe, die auch aus darüber nachdenken kommt, nicht nur dem Gefühl sozusagen nachgeben, sondern auch etwas vielleicht zu durchdenken und sich zumindest zu denken, okay, das könnten meine nächsten Schritte sein. So könnte es gehen, ja, vielleicht. Habe ich so das Gefühl, dadurch braucht es natürlich immer noch Mut, um den Schritt ins Unbekannte zu gehen. Aber es ist jetzt nicht mehr so ein Gefühl wie, ich springe in den Abgrund. Und ich weiß nicht, ist da unten was, was mich auffängt. Genau, ja, sehr gut beschrieben. Tolles Bild dafür, ja, kann ich vor allem mitgehen. Ja, einfach so drauf loszustimmen, das ist ja, ja, dann kann man ja wirklich den Halt verlieren und in die falsche Richtung losgaloppieren. Und dann weiß man ja wirklich nicht, ob es noch einen Plan B gibt oder ob da ein Abgrund kommt. Oder man hat Glück. Also das ist dann, wobei Verstand ist vielleicht ein Teil davon, um sich vielleicht Pläne zu machen, Schritte zu gehen. Aber andererseits muss, finde ich, auch das In-Sich-Gehen, also das auf seine innere Stimme, auf seine innere eigene Wahrheit zu hören, eigentlich auch dieses Dunkelblau ist, dass das Hand in Hand geht, diese beiden Seiten. Also erst mal in sich zu gehen und zu horchen, was stimmt für mich, was ist richtig? Und dann, wie kann ich es umsetzen? Ja, dem stimme ich auch total zu und das passt, glaube ich, auch sehr gut zu meiner nächsten Frage. Oder du hast es vielleicht sogar schon gesagt. Gibt es Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen, die sein müssen, damit man mutig sein kann oder damit du mutig sein kannst oder mutig bist? Also, gar nicht so einfach. Also, wenn ich merke, etwas fühlt sich nicht mehr stimmig an, also irgendwas, was ich wirklich ändern muss, dann brauche ich diesen Mut. Und das ist auch heutzutage noch so. Und dann denke ich auch noch an dieses Schild, was ich vorhin genannt habe, diesen Papierzettel. Und dann suche ich halt einfach auch nach einer Möglichkeit, was für Optionen ich habe. Also, du meinst, die Voraussetzung muss sein, ich möchte was ändern. Ja, genau. Sonst braucht man keinen Mut. Oh, das weiß ich gar nicht so. Braucht man? Nee, ich glaube, sonst braucht man eigentlich. Nein, sonst führt einem das Leben oder denke ich. Also, ich denke, es ist nur, dass man Mut nicht unbedingt jeden Tag irgendwie braucht. Also, das wäre, glaube ich, sehr viel verlangt. Sehe ich jedenfalls so. Weil, wenn wir unser Leben so eingestellt haben, und so gelebt haben, wie wir uns das vorstellen, wie es uns entspricht und wie es uns glücklich macht, soweit es geht, dann brauchen wir eigentlich, denke ich, kaum oder wenig Mut oder gar keinen Mut. Aber wenn irgendetwas sich von außen oder eine Barriere aufbaut, die wir ändern möchten, dann, um diesen Richtungswechsel zu bekommen, um das hinzukommen, wo es uns besser geht, ich denke, dafür brauchen wir jedes Mal ein Stück Mut. Mal mehr, mal weniger. Ja, und wahrscheinlich ist das sehr individuell, was wir als Barrieren empfinden. Ja. Für manche ist es, glaube ich, schon so ungefähr, so mutig, jeden Tag aufzustehen. Ja. Aber da hast du auch gerade was, finde ich, sehr Stimmiges gesagt. Wenn ich mir mein Leben so eingerichtet habe, dass es für mich stimmig ist, brauche ich weniger Mut, als wenn ich eben das Gefühl habe, ich lebe eben nicht das Leben, was wirklich zu mir passt. Ja, die Erfahrung habe ich eigentlich auch gemacht. Also wenn, also für mich war das jetzt auch anfangs mutig, diesen Schritt zu gehen, mich vollständig auf das Schreiben einzulassen 2020. Aber das war ein Schritt in Richtung Befreiung. Und seitdem habe ich zum Beispiel das Morgensaufstehen-Problem eher selten. Aber als ich jetzt noch in dieser krassen Gegensatz, in der verheiratet war, da habe ich mir tatsächlich diesen Mut täglich zusprechen müssen. Oder er ging mir sehr schnell nach dem Aufstehen verloren. Es war halt eben nicht so das Leben, was mir gut tat. Da sprichst du ja auch nochmal was Interessantes an. Oder machst das auch nochmal sehr plastisch. Das heißt, ich brauche eigentlich mehr Mut, wenn ich weniger das Leben lebe, was ich wirklich möchte oder was mir wirklich gut tut. Ja, ich denke schon, ja. Und das kann natürlich auf Dauer, so klingt das, einfach extrem anstrengend sein. Wenn ich dauernd mutig sein muss und dauernd einen Schritt, also das ist ja dann weniger ein Schritt und so Unbekanntes, sondern es ist eigentlich dann ja eher der Mut, wieder das Gleiche zu bewältigen, zu schaffen, wo ich weiß, das musste ich am Tag vorher schon machen. Ja, genau. Das ist so ein Punkt, genau. Und ich merke gerade, das kommt in mein Gedicht auch vor. Aber es ist so, ja. Hast du dein Gedicht da? Ich habe das auf dem Laptop. Ja, ich habe es da. Magst du es vorlesen? Ja, kann ich machen. Ja, sehr gerne. Also das heißt auch Mut. Wenn kein Weg mehr will, kein Weg weiter mehr geht, wenn jeder Tag schon halb zehn Uhr morgens eine Sackgasse ist, dann kannst du warten auf einen neuen Tag und eine neue Sackgasse erwartet dich. Du kannst vertrauen auf das Leben, auf Gott, aber gehen musst du selbst, aus der Sackgasse heraus, ein Schrittwagen in eine andere Richtung, heraus aus der Sackgasse, wie ein Kompass, der sich dreht. Diese Bewegung braucht deinen Mut. Ein Ja-ich-will-Moment ist nötig. Und dann nimmt der Kompass Schwung auf, dreht sich und sucht einen neuen Weg. Mut gehört eben dazu. Ja, da hast du eigentlich wunderbar. Und ich habe so das Gefühl, die Folge ist eigentlich jetzt schon total, also nicht überflüssig ist die Folge nicht, aber sie könnte jetzt schon zu Ende sein, die Podcast-Folge, weil du da eigentlich alles reingepackt hast, was wir vorher gesprochen haben. In diese wenigen Zeilen verglichen mit den vielen Worten, die wir hier im Podcast machen, das ist ja, glaube ich, auch das, was gute Gedichte vielleicht ausmacht, dass die Dinge sehr auf den Punkt bringen. Okay, danke schön. Ja, das ist aber in der Tat so mit Gedichten, dass man da eigentlich wirklich eine Gefühlswelt, also bei mir sind das auch viele Gefühle und die versuche ich dann, dann entstehen so Bilder und dann versucht man die komprimiert in ein Wortbild zu verwandeln, was möglichst komprimiert ist. Ja, so entstehen bei mir auch Gedichte, ja. Kostet es dich Mut, Gedichte zu veröffentlichen? Nein. Das ist Freude pur. Selbst bei dem ersten Gedicht war das eigentlich total Freude, ja. Also das heißt, du hast keine Angst zum Beispiel, dass irgendjemand das jetzt beurteilen könnte? Komischerweise in dem Punkt überhaupt nicht. Also es gibt viele andere Punkte in meinem Leben, da habe ich Angst davor bewertet zu werden und aber bei Gedichten eigentlich war das nie so. Das ist jetzt auch nochmal total interessant, weil viele von meinen Klientinnen, ich glaube schon auch, dass die manchmal den Mut brauchen, um eben sichtbar zu werden, ja. Rauszugehen, sich rauszutrauen mit dem, was sie ausmacht oder mit dem, was sie, ja, was sie beitragen wollen in der Welt. Und das finde ich ganz interessant, dass du an anderen Stellen im Leben Mut gebraucht hast, aber da nicht. Was glaubst du, woran liegt das? Ich glaube einfach, weil ich es wollte. Also ich habe einfach daran geglaubt. Ich habe mir keinen Kopf daraus gemacht. Und ich wollte es einfach. Das Problem mit der Sichtbarkeit hatte ich eigentlich früher nie. Es gab dann eine Situation, die das dann geändert hat. Und jetzt, die dann dazu geführt hat, dass ich außer beim Schreiben, bei Gedichten und bei Lesungen eigentlich extreme Probleme hatte, sichtbar sein zu wollen. Es gab da, wie gesagt, einen Zwischenfall, der das dann dazu geführt hat. Und du versuchst, das jetzt mühsam in den letzten Jahren wirklich rückgängig zu machen. Und bin da auf dem Weg, ja. Ist dann dieser Ausdruck über das Schreiben, sag ich jetzt mal, über Gedichte oder auch Kurzgeschichten zu schreiben, ist das dann wie ein Ventil für dich? Also wie ein Ventil oder ein, ja, wie ein Raum, in dem du dich frei bewegen kannst? Ah, das ist interessant. Ein Raum, in dem ich mich frei bewegen kann, auf jeden Fall. Aber nicht wie ein Ventil. Also für mich stand es von Anfang an, Raum für andere Menschen zu schreiben. Und das, bevor ich angefangen habe, diese Schreibausbildung zu machen, habe ich mir auch als Kind schon immer, seitdem ich überhaupt dazu in der Lage war, Geschichten ausgedacht. Also die Motivation hinter dem Schreiben ist nicht, irgendwas zu verarbeiten, sondern wirklich mich ein Thema auseinanderzusetzen und das für andere zu schreiben. Das klingt so etwas wie etwas ganz Natürliches, das dir einfach mit, ich sag jetzt mal, auf den Weg gegeben wurde oder mit in dein Leben gegeben wurde. Und dass es für dich so natürlich ist und selbstverständlich, dass du dir darüber gar keine Gedanken machst. Also, dass das jemand beurteilen könnte oder sonst irgendwas. Und das gehört für dich einfach, das ist wie Atmen. So klingt das für mich. Ja, genau. Das trifft es, genau. Ja, wie Atmen, ja. Es ist auch einfach so, wenn ich ein paar Tage nämlich nicht zum Schreiben komme, egal ob für mich privat oder veröffentlicht im Internet, geht das ja heutzutage leichter, dann kriege ich schlechte Laune und werde eigentlich für meine Mitmenschen relativ ungenesbaut. Von daher passt das Thema mit, gehört für mich zum Leben, wie das Atmen. Passt sehr gut, ja. Naja, genau. Und wir haben, glaube ich, selten Angst, dass uns jemand dafür beurteilt, dass wir atmen. Das stimmt, ja. Aber ja, ich finde das wunderbar zu hören. Und vielleicht ist das auch, wenn ich jetzt an meine Klientinnen denke oder an andere Frauen, die diese Folge hören und das ist ein Thema, auch für sich mit diesem Mut haben oder mutig zu sein, vielleicht hilft es, das zu finden, was zu uns gehört, wie Atmen. Und wo wir uns dann, und das, wie soll ich sagen, und so einen Zugang dazu zu finden, dass wir auch verstehen, ja, das gehört zu uns, wie Atmen, dass wir dann gar nicht mehr daran denken, dass das irgendjemand beurteilen könnte oder dass es nicht gut genug ist oder was die ganzen Gedanken ja auch immer sind. Ich finde, du bist gerade ein wunderbares Beispiel dafür, wie diese, dir wurde es ja quasi geschenkt, ja. Also das finde ich wunderschön zu hören. Und du hast dieses Geschenk ja auch nie in Frage gestellt. So klingt das jetzt für mich. Und für manche anderen ist es vielleicht schwerer, einen Zugang dazu zu finden und dann kostet es vielleicht mehr Mut, sich mit dem zu zeigen, was einem, ich sage jetzt mal, ob dem mal geschenkt wurde, ja. Also geschenkt wurde als Fähigkeit oder auch Berufung oder was auch immer das ist. Das kann ja so vielfältig sein. Aber dann so eine starke Verbindung dazu zu bekommen, dass es ist wie Atmen. So habe ich das überhaupt noch nie gesehen. Aber ich finde das ganz toll, wie du das ausgedrückt hast. Und das wünsche ich eigentlich, ja, das kann eigentlich nur ein ganz toller Wunsch an viele Frauen sein und Zuhörer, die jetzt hier dabei sind. Ja, ich finde das sehr passend. Würdest du sagen, dass dieses Schreiben wie Atmen, ja, also diese Fähigkeit oder diesen starken auch, ich weiß gar nicht, es ist sicherlich auch eine Fähigkeit, aber es klingt für mich auch wie eine Berufung. Etwas, wo du weißt, dafür bin ich auf der Welt. Hat dir das auch geholfen, wenn es darum ging, Mut zu haben in anderen Situationen, um Hürden zu nehmen oder schwierige Situationen zu meistern? Ja, ich denke schon. Denn ich habe mir zur Aufgabe gemacht, wenn ich beim Schreiben selbst nicht weiterkam, also so eine leichte Schreibblockade vielleicht, und das entwickelt sich ja dann manchmal bei mir in schwierigen Situationen, können auch kleine schwierige Situationen, große schwierige Situationen sein, dass ich mich dann hinsetze und abtippe. Also dann habe ich immer noch mal irgendwo einen Text, den ich noch nicht irgendwie abgetippt habe, sondern handschriftlich vorliegen habe oder so, und dann tippe ich ab und dann komme ich durch diese Routine wieder in die Aktivität rein. Also dann, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel in eine depressive Verstimmung, also so diese Traurigkeitsgedanken, jetzt keine echte Depression, aber so, dass man so ein bisschen schwermütig wird, dann komme ich durch diese Übung sehr schnell damit raus, dann werde ich wieder aktiv. Also von daher, durch diese Routine hilft mir das Schreien dann schon wieder daraus. Das ist interessant. Ich hätte jetzt irgendwie Lack auf der Zunge, als du gesagt hast, Traurigkeit oder, ich weiß gar nicht, ich habe das Wort jetzt sogar schon vergessen, was du benutzt hast, aber mir fiel dazu ein, mutlos, wenn wir uns mutlos fühlen. Ja, kann man auch sagen, genau. Ja. Dann höre ich, du nimmst eigentlich etwas, was du schon geschrieben hast, was aber noch nicht in der, ja, was vielleicht einfach eine Routinearbeit braucht, wie abtippen, ja, um es Richtung Veröffentlichung zu bringen. Und, warte mal, das ist so, also, und dann holst du dich damit, nennen wir es jetzt mal Mutlosigkeit, also vielleicht für andere es wäre Mutlosigkeit, vielleicht ist es, Schwermut hast du, glaube ich, benutzt, ja. Schwermut, da ist auch das Wort Mut drin. Ja, stimmt. Ja. Ja, Wahnsinn, das war mir auch noch gar nicht so klar, also Mutlosigkeit oder Schwermut sind wahrscheinlich sehr nah beieinander, weil es einfach sehr schwer ist, dann, also, weiterzugehen, glaube ich, Genau, oder wieder Mut zu fassen, ja. Mut zu fassen, ja, um den nächsten Schritt zu tun, so vielleicht. Ja. Und das uns dann, also du machst ja zwei Sachen, du machst einmal etwas, was dich keine, nicht viel Anstrengung kostet, also was Leichtes, also Routine, das beinhaltet es ja, und gleichzeitig knüpfst du ja an etwas an, an das Schreiben, was du aber schon gemacht hast. Genau. Und ich versuche gerade, ich überlege gerade, also ich mache das manchmal auch so, dass wenn ich zum Beispiel mich an Rechner setzen muss, um irgendwas zu machen, wo ich gar keinen Bock habe, dann fange ich manchmal an und sage, komm Agnes, jetzt mach mal das, da hast du gerade Lust drauf, das ist jetzt zwar nicht das, was eigentlich ansteht, aber auch so, dass ich mich einfach mal mit einem, was weniger Mut erfordert, sondern eher, wo ich Lust drauf habe, so in einen Arbeitsmodus zu bringen, in der Hoffnung dann, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, dass wenn ich dann schon mal am Rechner bin und das gemacht habe und merke, gut, da komme ich jetzt nicht mehr weiter oder ja, dass ich mich dann sage, okay, komm, jetzt mache ich das andere, was halt ansteht. Manchmal stehen ja Sachen an, auf die man keine Lust hat. Also sich eigentlich in so ein, und wenn ich das jetzt mit Mut verknüpfe, ist das eher so, wie sich in eine Vorwärtsbewegung zu bringen, so könnte man das sagen. Genau, ja. Und dann muss man nicht so aus dem Stand springen. Ja, diese Morgenroutine habe ich in der Tat auch entwickelt. Bei mir, wie gesagt, das Thema Sichtbarkeit ist bei mir auch noch nicht so vom Tisch. Und ob dann meine Aufgaben dann morgens oder den Tag über zu schaffen, starte ich also morgens jetzt seit fast 100 Tagen damit, erst einmal ein paar Zeilen ein Gedicht zu schreiben. Und manchmal ist es einfach nur ein Spruch. Den kann man dann eigentlich auch wieder in den Papierkopf werfen und manchmal gefällt es mir ganz gut. Dann stelle ich das auch gelesen auf YouTube ein. Aber ich bin erst mal in der Routine drin. Man hat den Eisbrecher des Tages sozusagen knackt und kann dann an die schwierigen Aufgaben gehen. Das ist vielleicht auch noch mal ein guter Hinweis. Wenn ich mutig sein muss, könnte ja sein, ich möchte was ändern oder ich habe eine Herausforderung zu meistern, die mich Mut kostet, sich vielleicht erst mal warm machen mit Dingen, wo man weiß, das fällt einem eher leicht oder es kommt nicht so drauf an. Könnte ja auch sein, weil du auch Eisbrecher gerade benutzt hast. Ich behaupte mal, ein Eisbrecher jetzt in unserem Kontext ist eigentlich auch was, was uns den Weg frei macht. Genau. Oder wo wir mal was angreifen. Ein Eisbrecher greift das hier an, das Eis, und macht den Weg frei. Ja, so habe ich das auch gemeint. Ja. Ich bin ganz berührt, aber auf eine ganz ruhige Weise gerade. Ich habe dir ja schon gesagt, dass viele meiner Klientinnen sind in beruflichen Krisen und oft sind das berufliche Krisen und Lebenskrisen gehen eigentlich Hand in Hand. Also je nachdem, manchmal kommt erst die Lebenskrise, dann die berufliche Krise und umgekehrt. Und was würdest du denen denn mitgeben auf deinen Wert Mut? Einfach machen. Das ist nicht von mir, aber es ist so einfach weg vom, auf den richtigen Zeitpunkt warten, von diesem Gedanken sich lösen und auch davon, dass alles perfekt sein muss. Sondern einfach zu sagen, einfach machen, einfach losgehen, den ersten Schritt tun und dann kommt wirklich eine Kettenreaktion in Gang und dann findet man auch einen Weg. Es klingt für mich auch so, wie wenn wir den ersten Schritt gegangen sind und ich glaube, das war bei dir auch so, dass wenn wir den ersten Schritt gegangen sind, dann werden die nächsten Schritte auch leichter. Ja. Erfordern weniger Mut unter Umständen. Zwar noch Mut, aber nicht mehr ganz so viel wie der erste Schritt. Ja, das ist so meine Erfahrung. Das würde ich sagen, das ist wirklich so. Ja. Ja, danke dir. Wirklich vielen, vielen Dank, wie du das so auf den Punkt gebracht hast. Und ich war auch sehr inspiriert, der hat mir über Mut mal andere Gedanken zu machen, außer nur, das bedeutet nur springen, ja. Und ich finde auch, diese dunkelblaue Farbe hat jetzt unser Gespräch eigentlich auch sehr getragen. Ja, das finde ich auch. Ja. Vielen, vielen Dank und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit. Vielen, vielen Dank.